George Harkness, aka Captain Boomerang, wurde schon häufiger vom Flash vorgeführt, als er an Händen abzählen kann. Gilt als streitlustig und als feindlich. Erkläre dich. Ich verstecke meine Ängste hinter Alkohol und Wehlverhalten. Manchmal will ich diesen Schalter einfach umlegen und seinen Kopf wegspringen. Wer immer gewinnt, ist einschüchternd, oder? Wenn es dieses Team schafft, zusammenzuarbeiten, haben sie vielleicht eine Chance, die Justice League zu tönen.